Hallo und herzlich willkommen bei Wettok Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachen Ticket und heute habe ich das Spiel Star Trek Fleet Command. Viel Spaß! Ok, dann geht es mal los würde ich sagen und vielen Dank Kommandant, du hast nicht mal unsere, dass wir dann auch mit einem verdammten Fein und Angst haben wir gehabt. Bitteschön, gern geschehen. Oh, kaputt. Reparieren. Eine Minute. Gratis. Skript. Perfekt. Ok. Erstmal hier. Fertig. 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 Level 14. Einsame. Fertig. 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 Ok. Oh, nochmal. Fertig. Noch was? Oh, perfekt. Fertig. Guck mal, noch was. Gitter. Oh. Das geht jetzt die ganze Zeit, so zwei Stunden lang. Scherz. Babasche. So, dann habe ich hier drei Sachen zum abholen. Sechs Geschenke. Abholen. Fertig. Fertig. Abholen. Fertig. Abholen. Fertig. Das war sehr gut. Ne, den möchte ich nicht. Ich möchte noch 30 Sammeln, dann kann ich mich 100 abholen. 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 Oder Sim 20. Ok. Sind wir hiermit erstmal fertig mit den Geschenken. Und was ist hier noch? N1. Ein Shop. Ok. Fertig. Fertig. So, haben wir das auch schon mal. Dann kommen jetzt die Quests dran. Okay. Da ist eine Daily schon fertig. Geht doch. Schleichende Machtzunahme. Kommt halt schleichend. Deswegen heißt es hier auch so. Immobilien. Vom Feinsten. Ich muss noch drei Gebäude aufwerten oder bauen. Das wird ein bisschen schwer. Drei heute noch zu schaffen. Da ist ein Siemer. Den kann ich machen. Da ist ein Sechser. Den könnte ich glaube ich auch machen. Aber erst mal holen wir die Tagesqueste meiner Einheiten ab. Die ich losgeschickt hatte letztes Mal. Vor ein paar Jahren. Okay. Bis zu drei Leute kann ich mitnehmen. Ich probiere natürlich immer den Schwächsten mitzunehmen. Und das ist Info. Ehre im Töten. Das sind andere. Und der hier ist. Ehre im Töten. Die sind in ein Schiff. Der ist in ein Schiff. Der ist bestimmt nicht Ehre im Töten. Das ist DNJ. Das ist Das ist doch bestimmt noch einer. Ah ne das war Abbauen. Genau. Vermesser und Abbauer. DNJ. DNJ. Und sie hier ist Descubriere Herkunft. Nehmen wir sie. 100% Passt. Starte mal. Let's go. Scotty. Be mich weg. Dann kommen die nächsten dran. Der ist unterwegs. Oh. Dann nehmen wir DNJ. DNJ. Und der nächste DNJ. Da ist er. Zu wenig. Immer noch zu wenig. Quoncha. Ah. Da muss ich Ein-Aus-Wechseln. DNJ. Was wird dir? Ne. Ja gut. Jetzt wird ihn erstmal weg. DNJ. DNJ. 94. Ja. Dann kommt der auch noch weg. Da sind wir die gleichen wieder. Den nehmen wir noch einen starken dazu. Wah. Das passt immer noch nicht. Das gibt es doch nicht. Jetzt. Ah. Start war. Egal. Einige mussten. Kunterbunt. Bunterbunt. Bunterbunt. Kunterbunt Mannschaft. So. Ja. Warte mal. Gerade ein bisschen. Ab Hange gekommen meine Idee. Wo wollte ich denn hin? Das ist mein einer Bauarbeiter. Der darf da nicht Bauarbeiten. Weil ich die Leute schon mir weggeschickt hatte. So. Ein Mist. Gut. 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 Aber ich muss jetzt immer noch. Ach. Nur mal ein paar Dinge. Egal. Also. Forschung. Auch. Irgendwas nehmen. Kämpfen. Der hier. Geht nicht. Aber der geht. 10 Stunden. Mein lieber Scholli. Ich bin für die Station. Und starte den hier. Gut. Jetzt. Schauen wir nochmal nach. Was wir an Questen haben. Hm. Schauen wir nochmal nach. Was wir an Questen haben. Jetzt. Tagesquest. Schlechte Machtzumnahme dauert. Immobilien dauert auch. Forschung dauert. Allianz Solidarität. Mama. Oh. Oh, ja, ganz, ganz verwirrt bin ich heute, öffne, öffne noch eine, liebe 12er, ja. Ja, ganz, ganz. Ich bin halt so viel, total nicht auf die Hölle. Sie ist müde und ich weiß gar nicht, was sie hier drücken muss, so slavisch war. Ich bin halt so viel, total nicht auf die Hölle. Müde, warum bin ich so müde? Ich bin gerade noch nach Hause gekommen. Ich müsste noch ausgeschlafen sein nach der Arbeit. Ja. So, schau mal nochmal. Ich komme nicht dahin. Ich habe es vergessen. Da, da war es. Sorry, sorry, Leute. Ich stimmte ein bisschen, dass ich im Feinde level 12. Das schaffen wir. Wir sind hier in level 7. Ich brauche level 12. Ende der Galaxie, gebe rein. Ach, wo ist denn hier 12? Da. Ich kann aber gleich eine Quest mitmachen. Ich nehme noch eine Quest. Ich glaube, mit Erzen sammeln. Christallerz 2 2000. Ja. Ich brauche deinen Gegen. Bis dann. Klein. Ich bin hier. Du bist da. Du bist da. Du bist da. Du bist du bist da. Gleich sind sie da, solange Kai ja schlafen und gleich meine Pfeil aufsetzen. Dann bin ich nur nicht 3D. 3D. Angriff. Boah, so waren wir drin. Ich smilze. Doxy Verräter. Ich smilze ja alle im Heim. Ja, immer nur einschlafen hier, wenn ihr seht. So, Angriff der nächste. Wie viel müssen wir noch? Wie viel müssen wir noch? Ah, ist oft eingeschlafen, kann nichts mehr machen. Ich schlafe immer ein. Ich glaube, das war's für heute. Tut mir leid, Leute. Ich bin zu müde. Und den machen wir noch. Okay. Wie viel? Jetzt aber. jetzt werden wir das ganze, bevor ich hier die ganze Zeit schlafe, sorry guys, das war das Spiel Star Trek Fleet gemacht und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid, bis heute, viel Spaß und auf Wiedersehen, tschau bis heute, viel Spaß und auf Wiedersehen.